Denk nicht, dass die Leute verfolgt sind, verzweifelt sind. Die haben ein viel stabiler Glauben als du und ich. Glaub mir, Klaus. Dreimal, wo ist denn euer Gott? Der Anti. Der Anti hat mir geschrieben, er schreibt manchmal ganz interessante Kommentare, also ist vermutlich ein Atheist oder sowas. Und als Antwort auf diesen Stream mit dem Weltverfolgungsindex hat er gesagt, ein Gebet zu Jesus wird nichts bringen, gar nichts. Kein prinzipieller Unterschied zur Anbetung von Zement, Zuschlag und Wasser. Kein Beton mischte sich durch Anbetung von alleine und wurde dadurch besser. Wo ist euer Gott, der den verfolgten Christen nicht hilft? Nicht mit eurem Jesus provozieren und nicht missionieren, evangelisieren, würde diesen Weltverfolgungsindex wohl verbessern. Auch wenn die Quelle von Open Doors fragwürdig sind. Laut ihm. Ich habe dann geschrieben, du kennst meinen Herrn nicht. Jesus lebt. Und dann schreibt er, aber du sollst doch den Vater beten, wie es dein Herr sagte. Wenn du auf Jesus nicht hören möchtest, ist er auch nicht dein Herr. Und was lebt, ist kein Gott. Übrigens ziemlich unlogisch, weil was tot ist, ist kein Gott. Natürlich lebt Gott. Leben ist eine der Eigenschaften, die Gott natürlich hat. Aber nochmal, hier in diesen Worten steckt eigentlich dreimal dieselbe Frage drin. Dreimal die Frage, wo ist denn euer Gott? Und die möchte ich gerne beantworten. Das eine, die erste Frage, wie mischt sich Beton? Wo ist denn euer Gott? Das ist doch eh alles, ist eh alles, ja, der kann ja nichts, der ist ja nicht und so. Gegenfrage, wie entsteht ein Universum? Weil wenn du schon wirklich gut logisch denken kannst, dass Beton sich nicht von alleine mischt und dass es auch sich nicht durch Gebet mischt oder so, okay, dann denk mal genauso logisch. Wie entsteht ein Universum? Du würdest mir sicherlich recht geben, durch eine geeignete Ursache. Jetzt kann man gucken, okay, wie ist denn das Universum? Und davon kann ich nämlich die geeignete Ursache ableiten. Jetzt habe ich erstens, ich habe Raum, ich habe Zeit und Materie. Das, was das Universum ausmacht. Energie, Materie, dasselbe an der Stelle. Aber das heißt, die Ursache, da etwas, was erst entstanden ist, was begonnen hat zu existieren, ja vorher offensichtlich nicht existiert hat, muss die Ursache des Raumes, kann das nichts Räumliches sein, sondern muss nicht räumlich sein. Es kann auch nicht zeitgebunden sein, sondern es muss außerhalb der Zeit sein, weil die Zeit ja erst angefangen hat. Es muss auch immateriell sein, weil ja auch die Materie ja erst angefangen hat. Das heißt, die Ursache des Universums ist nicht räumlich außerhalb der Zeit und ist materiell. Zweitens, dass das Universum überhaupt begonnen hat zu existieren, ist eine Zustandsereignisänderung. Und das ist etwas, das wissen wir aus Erfahrung, das können Personen. Es gibt nichts Bekanntes, was das sonst erwirken kann, aber es ist bekannt, Personen können diese Zustandsereignisänderung bewirken. Das heißt, die Ursache muss eine Person sein. Dann erleben wir das Universum als gesetzmäßig. Es gibt Naturgesetze, es gibt, und die sind auch konstant. Müsste man auch noch mit einfügen, Konstanz. Dann Logik. Es gibt sowas wie Logik und die Logik funktioniert. Es gibt Mathematik, die Mathematik, die funktioniert. Es lässt sich so rechnen und es lassen sich damit Dinge darstellen. Es lassen sich damit Dinge erklären. Also das heißt, wer auch immer oder was auch immer, oder in diesem Fall, wir sind ja schon bei wer, wer auch immer das Universum in Existenz gebracht hat, muss gesetzgebend sein, weil es gibt ja die Gesetze. Muss rational sein, muss auch zuverlässig und beständig sein, weil eben die Gesetze sich auch nicht ändern. Was übrigens auch schon Allah ausschließt, weil Allah nicht beständig ist, sondern er kann heute so entscheiden, morgen so. Er kann heute sagen, Wein trinken ist Sünde und in der Ewigkeit ist es erlaubt. Er kann Dinge entschließen, wie er will. Er kann sagen, den bestrafe ich und dem vergebe ich. Das ist nicht im Universum widergespiegelt. Im Universum spiegelt sich Verlässlichkeit und Konstanz wider. Das heißt, schon alleine an dieser Stelle ist Allah ausgeschlossen. Dann ist das Universum schön und staunenswert. Das heißt, wer auch immer das Universum verursacht hat, ist kreativ und schönheitsliebend. Wir entdecken auch und wir erkennen, dass es Moral gibt. Kinder aus Spaß zu quälen, ein Baby aus Spaß zu quälen, ist böse. Das würde jeder auf der Welt sicherlich sagen und das so sehen. Und das wäre auch, selbst wenn einer das anders sieht, würden wir sagen, da liegt der Mensch falsch. Nicht, ja gut, das ist halt für den falsch. Für mich ist es richtig oder für den ist es richtig, für mich ist es falsch. Nee, wir sehen, es gibt absolute Moral. Das heißt, wer auch immer das Universum in Existenz gebracht hat, ist moralisch. Er muss auch einer sein, weil wir im Universum eine große Einheit entdecken. Und wenn es verschiedene Theorien gibt, dann kann man die immer wieder zusammenfassen und kann da eine Einheit entdecken, kann Zusammenhänge entdecken, wo Dinge eben zusammenhängen. Gleichzeitig sehen wir aber eine große Vielfalt. Es gibt Artenvielfalt. Es gibt nicht nur ein Lebewesen, es gibt eine riesen Artenvielfalt. Es gibt nicht nur ein Element, es gibt eine ganze Menge Elemente. Es gibt, und das ist auch nicht selbstverständlich, es könnte genauso, wenn die Naturkonstanten minimal anders wären, könnte es auch gar keine Elemente geben. Könnte es nur eine Elektronensuppe oder keine Ahnung was geben. Und es gibt auch Unterschiede des jeweils selben. Also selbst wenn ich eine Katze habe, sind nicht alle Katzen gleich, sondern es gibt da große Vielfalt. Das heißt, diese Vielfalt, die muss ja auch woher kommen. Und von etwas, was nur eins ist, kann keine Vielfalt kommen. Egal was ich mit eins mache, es bleibt eins. Und ich kann da keine Vielfalt draus extrapolieren. Also wer auch immer das Universum in Existenz gebracht hat, es ist eine nicht raumgebundene, ewige, immaterielle Person, die rational, gesetzgebend, kreativ, schönheitsliebend und moralisch ist und Einheit und Vielfalt in sich vereinigt. Du fragst, wo ist denn euer Gott, wie soll es denn euren Gott überhaupt geben und was weist denn darauf hin? Hier ist Gott, hier ist unser Gott. Das sind die Dinge, die man als wahrscheinlichste Ursache oder im Prinzip als zwingende Ursache des Universums ableiten kann. Dann fragst du, ja wo ist denn euer Gott im Leid? Wo ist denn euer Gott bei den verfolgten Christen? Das ist die Theologie C-Frage und da wird es fast noch besser, neben dem klaren Zeugnis des Universums. In all dem Leid, es gibt viele Weltanschauungen und keine Weltanschauung hat letztlich eine befriedigende Antwort. Die Hindus sagen ja, das Leid, das ist halt selbstverdient. Du hast so schlimm gelebt, dass du dieses Leid, was du hast, jetzt selbstverdient hast. Und wehe, dir hilft jemand, weil das ist gerecht, dass du das leidest. Der Moslem sagt ja, Allah will das halt jetzt so. Punkt. Was hinterfragst du Allah? Aber die Bibel sagt uns unter anderem diesen Satz. Du hast ja auch gesagt, die Christen, die sollen halt nicht mehr missionieren, nicht mehr evangelisieren. Du selbst verkündest deine Botschaft, verkündest deine Theorien, deinen Glauben hier in aller Offenheit auf YouTube und freust dich dran. Sei dir gegönnt. Aber dasselbe Recht, die Meinung kundzutun, willst du den Christen verwehren? Und naja, und dann sagt uns die Bibel, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf die Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Die Frage, wo ist euer Gott, ist hier beantwortet. Ich bin bei euch. Gerade bei denen, gerade bei denen, die losgehen und die von Jesus reden. Und da kannst du gerne Menschen fragen, die für Jesus unterwegs sind, kannst du gerne fragen, wie ist das? Hör dir Zeugnisse an, lese Zeugnisse von Menschen, die leiden im Namen von Jesus. Und dann wirst du sehen, wo der Gott ist. Der Gott ist mitten dabei. Und ich habe überlegt, was kann ich dem Antis sagen? Was kann ich dem erzählen? Es gibt Sachen, die möchte ich dir nicht erzählen, weil sie so persönlich sind und mit so persönlichen Angaben möchte ich dir nicht erzählen. Es gibt Sachen, die sind so allgemein, die könnte ich vielleicht erzählen, da würdest du aber sagen, so what? Jetzt ist natürlich die Frage, gut, was kann ich dir erzählen? Ich habe es einfach gemacht. Ich habe Gott gesagt, Herr, ich weiß, es kann mich was kosten, aber ich möchte dich bitten, dass ich dem Anti ein Zeugnis sagen kann, das er versteht. Das habe ich Gott gesagt. Das hat schon ein bisschen Bammel. Ich hätte es nicht machen sollen. Ich habe es gemacht. Ich wusste, dass natürlich Zeugnisse sind meistens das, dass Gott einem im Leid hilft. Und gerade das ist das, was Christen bezeugen können. Nicht, dass immer alles gut ist, sondern dass es vielleicht schlimmer ist, als man es als Nichtchrist hätte. Aber dass Jesus mitten dabei ist. Und da möchte ich dir jetzt ein bisschen berichten von dem, was ich jetzt einfach nur, nachdem ich dieses Gebet gesprochen habe, am nächsten Tag erfahre ich, dass mein Arbeitsplatz ein großes Fragezeichen dahinter hat. Wie geht es weiter? Verliere ich meinen Arbeitsplatz? Relativ große Wahrscheinlichkeit, ja. Ich habe Probleme im Familienkreis, denen ich mich nicht entziehen kann. Ich erlebe Verleumdung von Feinden. Und zwar ordentliche. Ich erlebe Ärger mit Freunden oder Leuten, die sich so sehen oder nennen oder zumindest die nicht offen meine Feinde sind. Ich habe andere Sorgen. Ja, wo ist jetzt Gott? Das Geniale ist, ich kann diesem Gott, diesem lebendigen Gott, der das Universum geschaffen hat, ich kann dem alles sagen. Und ich habe ihn auch gebeten, ja, red mit mir, zeig mir Dinge in deinem Wort. Und das hat er gemacht. Ich lese ja gerade Lukas. Und unter anderem war ich dann auch, die ein, zwei, drei Tage danach waren es so, ja, dass diese Stellen kamen gerade auch, wo Gott mir zusagt, dass er mich versorgt. Er weiß, dass ich das alles brauche und das sagt Gottes Wort auch und hat Gottes Wort mir da auch nochmal deutlich klar gesagt. Gott weiß, dass ich das alles brauche. Gott weiß, ich brauche einen Arbeitsplatz. Und, aber andererseits, jetzt sagst du vielleicht, ja gut, das kann man sich ja alles zurecht lesen, zurecht. Nee, das ist, Feuerbachs Projektionstheorie funktioniert nicht so gut beim Christentum, weil da eben auch Dinge sind, die sich kein Mensch ausdenken würde, kein Mensch suchen würde, kein Mensch wollen würde. Zum Beispiel, dass Gott mich ganz klar und das vielleicht am stärksten daran erinnert hat, ihm zu danken. Nicht nur für das, was schön ist, ich könnte auch, ich habe immer noch genug Gutes zum Danken, sondern dass ich für das danke, was nicht gut ist. Das möchte Gott von mir, ihm zur Ehre. Und weil ich ihn da ja ehre, weil ich ihm Vertrauen zeige, Vertrauen schenke, er zeigt mir, ehr mich, indem du dankst. Und das mache ich und das mache ich gern und er schenkt mir inneren Frieden und schenkt mir Freude. Und obwohl ich, ja, Grund genug hätte, mir den Kopf zu zermatern, ich habe trotzdem eine Ruhe und einen Frieden, der von Gott kommt. Und das nur mal so als ein kleines Zeugnis. Wie gesagt, ich könnte mehr in Details gehen, ich könnte noch viele andere Sachen erzählen, wo ich schon viele, viele Dinge, viele geniale Dinge erlebt habe, aber viele will ich dir gar nicht erzählen, ehrlich gesagt. Ja, wo ich sagen muss, der Gott, der ist mitten dabei. Ich habe es erlebt, ich kann es bezeugen. Der Oma, du darfst mal kurz nicken, wenn du es auch bezeugen kannst, dass Gott auch bei nurem Leid dabei ist. Ja, Gott, Jesus sagt ja auch in Johannes 16, ich sage euch damit euch nicht, dass ihr euch wundert. Es wird Leute euch töten, es wird sogar die Stunde kommen, dass die Leute euch töten, die sagen, wir machen für Gott, was wir gerade für euch machen. Aber sagt, habt keine Angst, ich komme wieder. Und es sagt ihr, es muss auch diese Zeit in Markus 13 auch geschehen. Und Kriege, Verfolgung und so weiter. Und Leute, wisst ihr was, was mich interessiert und was mich bewegt hat? Also es kann sein, dass ich nicht richtig liege, aber aus meiner Recherche, Nordkorea kommt, keine kommt dran, eine Religion zu erzählen. Dort, soweit ich weiß, gibt keine Muslime, wenn ich falsch liege, korrigiere mich. Es gibt keinen richtigen Andersgläubigen, aber es gibt Christen. Es gibt Leute, dass Jesus den erschien. Jesus begegnet mit Träumen. Leute haben eine Bibel versteckt und nach 20 Jahren finden die im Keller irgendwie eine Bibel von ihrer Oma und so weiter. Das sind Geschichten. Und denkt nicht, dass die Leute verfolgen, verzweifelt sind. Die haben einen viel stabilen Glauben als du und ich, glaub mir, Klaus. Die sind in Arbeitslager, die haben nichts zum Essen, die würden geschlagen, die essen Ratten, um zu überleben, aber trotzdem singen die laut, preisen den Herrn und sind die dankbar, weil die wissen, dass Jesus lebt und lebendig ist. Und da zeige ich mir, wow, kann ich das? Und das ist natürlich eine andere Ebene von Leid, klar. Ich kann natürlich davon nicht berichten. Ich kann nur von dem berichten, was ich mit Gott erlebe. Aber ich weiß, und wie gesagt, wenn man Zeugnisse liest, Zeugnisse hört, dann ist auch in anderen Umständen, in wirklich schlimmen, schlimmen Umständen, gerade der da, der Gott. Natürlich aus meinem Leben auch. Nicht nur, dass ich sage jetzt das, aber das bewegt mich, was Leute erleben. Ja, ich habe vieles verloren. Ich will jetzt nicht persönlich, ich mag das nicht in der Öffentlichkeit persönlich, vieles erzählen, kennst mich auch, Klaus. Aber irgendwann kommt auch die Zeit, wie ich auch zum Glauben gekommen bin. Und das ist eine spannende Geschichte, wie Gott mich geführt hat. Ich habe ehrlich gefragt, wer bist du Gott? Gib dich wirklich überhaupt. Wenn du dich wirklich gibst, zeig mir, was die Wahrheit ist. Also das ist nur kurz. Nach zehn Minuten hat das nicht gedauert, habe ich zwei Frauen begegnet, die haben über Jesus erzählt. Und das ist, dass ich dachte, okay, warum kommt nach diesem Gebet? Und das war nur kurz, ganz kurz. Das ist wirklich nicht mal ein Prozent aus meiner Geschichte. Ich bin einfach nicht so Christ geworden. Und ich habe nicht so einfach Jesus angenommen. Aber es gibt, ja, Zeiten, die ich denke, okay, warum muss ich das erleben? Aber ich weiß, dass Gott vieles Gutes vorhat. Genau. Und da freuen wir uns mal mehr zu hören. Aber jetzt gucken wir mal weiter. Da ist ja noch eine dritte Sache. Nämlich, dass er dann auch fragt, okay, und zu Johannes 6, 44, jetzt geht er da drauf hinaus, dass er sagt, ja, hat er vorhin auch schon mal angedeutet, Klaus, du redest immer von Jesus als dein Gott. Dann, wo ist denn dein Gott? Gott ist doch Gott und nicht Jesus. Jesus sagte immer nur Vater, aber Christen sagen immer nur Jesus. So heißt es hier. Ist Jesus dein Gott? Wo ist denn heuer Gott? Soll denn das Jesus sein? Dann gucken wir mal den Vers einfach nur an. Da heißt es, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Das sagst du ja. Gut, hier ist doch die Rede von Gott, dass Gott das macht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Ja, pass mal auf. Hast du das gesehen, was da steht? Da heißt es, ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Ja, wer kann denn Tote auferwecken? Also jeder Moslem weiß, Tote auferwecken, das macht nur Gott. Und jeder Christ denkt genau dasselbe. Jeder Jude übrigens auch. Aber Jesus hat gesagt, Gott, ich werde die auferwecken. Und wenn du dann sagst, ja, aber du kannst doch nicht, du kannst doch nicht zu Jesus beten, wenn Jesus gesagt hat, bete den Vater an. Das heißt, Vater unser sollt ihr beten. Okay. Aber es steht auch in Johannes 5, Vers 22 und 23, der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben. Auch da, wer ist der Richter? Gott ist der Richter. Das weiß jeder Moslem, weiß jeder Jude, weiß jeder Christ. Damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Ja, wie ehren die Menschen denn den Vater? Indem sie ihn anbeten. Das ist Gottes Wille, dass alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Und das sagt Jesus, dass Gott, Jesus sagt, Gott will, dass er mich anbetet. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Und jetzt kommen vielleicht wieder Muslime und sagen, ja guck, gesandt hat. Also war er ein Gesandter, war er ein Prophet. Ich meine, dass Jesus ein Gesandter ist, ein Bote ist. Das sagen wir ja schon die ganze Zeit, dass er im Alten Testament als der Bote Gottes, als der Malak Yahweh unterwegs war. Das sagen wir doch die ganze Zeit schon. Aber was heißt denn Gesandt? Heißt das, dass er ein Gesandter Mensch ist? Wenn du gerade hier im Johannes-Evangelium mal guckst, da siehst du, dass mit Gesandt was ganz anders gemeint ist. dass er immer schon, immer schon bei Gott war und in Ewigkeit und dass durch ihn die Welt überhaupt geschaffen wurde und dass er dann in die Welt gesandt wurde. Er ist nicht ein Mensch, der gesandt wurde. Er ist das ewige Wort, der ewige Logos, der in die Welt gekommen ist. Und dann, wenn du nochmal genau wissen willst, ja was ist denn jetzt mit den Vater, also den Sohn zu ehren wie den Vater ehren, was ist denn da gemeint? Das glaube ich dir nicht, Klaus, dass das jetzt Anbetung ist. Das steht in Offenbarung, auch geschrieben von Johannes. Und jedes Geschäft, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm und Jesus, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ewige Anbetung Gott und dem Lamm Also wo ist denn euer Gott? Ja, Jesus ist unser Gott. Aber was du mir unterstellst, dass ich nur zu Jesus bete, nö, ich bete zum dreieinigen Gott. Mal spreche ich mit dem Vater, mal spreche ich mit dem Sohn, ich rede mit den Personen des einen Gottes, der einen Gottheit. Und dementsprechend hoffe ich, dass ich dir diese drei Fragen, die du eigentlich hast, wo ist denn euer Gott, dass ich die beantworten konnte.